Durch Einwirkung auf einen Gegenstand kann dessen Bewegungszustand verändert werden. Stößt man zum Beispiel einen ruhenden Ball an, so beginnt er zu rollen. Durch den Stoß erhält der Ball eine Zusatzgeschwindigkeit Delta V. Man kann also die Bewegungsrichtung und das Tempo beeinflussen. Einwirkungen wie Stoßen, Ziehen, Gegenstämmern führen dazu, dass ein Gegenstand schneller oder langsamer wird oder seine Bewegungsrichtung verändert. Im Fußball versucht der Spieler beim Elfmeter den Ball aus der Ruhe ins Tor zu schießen. Die Einwirkung des Fußes führt dazu, dass der Ball Tempo aufnimmt. Zusätzlich kann der Spieler durch die Einwirkung die Bewegungsrichtung des Fußballs bestimmen. Bei einer Flanke versucht der Spieler mit einem Kopfstoß den Ball ins gegnerische Tor zu lenken. Durch seine Einwirkung ändert er also die ursprüngliche Bewegungsrichtung des Balls. Stößt man einen ruhenden Ball wie den Fußball beim Elfmeterschießen an, so bewegt sich dieser in Stoßrichtung. Bei der Flanke bewegt sich der Ball bereits vor dem Stoß. Stößt man einen rollenden Ball in derselben Richtung an wie den ruhenden Ball, so läuft dieser schräg weiter und verfehlt das Tor. Was passiert hier? Die Anfangsgeschwindigkeit des Balls wird beibehalten. Gleichzeitig kommt durch den Stoß eine Zusatzgeschwindigkeit in Stoßrichtung dazu. Durch Zusammensetzung der beiden Geschwindigkeitsvektoren erhält man die Endgeschwindigkeit VE des Balls. Ändern wir die Stoßrichtung bzw. Stärke, so erzielen wir ein Tor. Eine Einwirkung führt also zu einer Geschwindigkeitsänderung. Umgekehrt kann man die beobachtete Änderung einer Geschwindigkeit auf eine Einwirkung zurückführen. Entfernung Faktion Faktion Vielen Dank.